Hallo und herzlich Willkommen zum nächsten Part von The Elder Scrolls Online Let's Rollerplay. Wir sind gerade in einer Höhle, in einer Ruine von einem minderen Gott. Das ist unser erster Dungeon sozusagen. Das ist ein Spieler, der hat echt geiles, geile Animationen. Schauen wir mal kurz ein bisschen an, was das genau ist. Ja, der ist Level 213, also das ist irgendwie so der Rang. Der braucht hoffentlich keine Hilfe. Das ist eine coole Klasse. Also, das ist Magier. Hm. Vielleicht, ähm... Die andere, also die heile Klasse. Nein, das ist ja ihr Templer, glaube ich, hier in diesem Game. Ja, wir werden sicher mal gemeinsam. Er greift auch den Gegner. Das ist cool, wie der irgendwie so hochgepusht wird. So. Eine Synergie ausgelöst, oder noch nicht ausgelöst, weil ich X-Taste nicht so zu spät geklickt habe, wahrscheinlich. Aber das ist irgendwie, wenn zwei Spiele in der Nähe sind, dass man da Synergie erneut. Ja, vielleicht hat sie nicht geklickt. Ja, muss sein. Ja, gut. Ist ein bisschen zu spät gewesen, liebe Frau. Aha. Ja, jetzt sind wir die Ader, wo wir irgendwie gebufft, also nichts ausgelöst. Der andere dort hinten macht einfach mal nichts. 10 Fall Rang 4. Es muss immer römische Sachen sein. Demon des Schänders. Es ist toll, dass jetzt gerade ein Spieler hilft. Die gleiche Klasse. Tötet mich nicht. Tötet mich nicht. Ich wollte mich nicht in die Pläne des Hauses Telvani einmischen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ein Fehler? Nun, das erklärt alles. Ich richte das den Telvani einfach aus. Magia Velin wird sicher Verständnis zeigen. Oh, wie erleichternd. Ich war mir sicher, ihr würdet mich töten. Das bin ich. Wie böse sie ist. Wie böse sie ist. Und das ist auch noch ein ganz neues Gewand. Ach, nun, ich schätze, wir sollten darüber sprechen, was ihr hier macht. Ich muss gestehen, als ich euch gesehen habe, dachte ich, was zum Hauer macht der denn da? Ja, entschuldigt, mein Orkisch, seid ihr mir wirklich über den ganzen Kontinent gefolgt? Das nenne ich Einsatz. Ist irgendwie gruselig, zeigt aber eben auch eine Menge Einsatz. Ähm, ich bin nur von Seydanin hier hochgekommen zu Spalmora und dann nur zum Höhle über den ganzen Kontinent. Ja, ich glaube, der Kontinent ist ja ganz Moro, wenn du nicht nur Jaden fällst. Ist ein bisschen übertrieben, Eru. Ich suche nach Veya, der Tochter von Raza Eris. Tja, das hatte ich nicht erwartet. Ihr könnt gleich wieder auf dem Absatz Kehrt machen und gehen. Ihr werdet sie nicht finden. Veya macht gerade eine schwierige Zeit durch und das Letzte, was sie braucht, ist irgendein Lakaei des Hauses Redoran, der ihren Schmerz und ihre Verwirrung noch weiter verschlimmert. Ihr kennt mich, Nehryu. Ich will Veyas Vater nur versichern können, dass es ihr gut geht. Euch kenne ich, Held. Es ist Eres, dem ich nicht traue. Er hat euch nichts von Veyas Bruder erzählt, oder? Davon, wie das Haus Redoran den Liebsten unter seinen Söhnen ins Exil geschickt hat? Nein? Dachte ich mir. Veya hat ein paar Antworten verdient. Ich habe versprochen, ihr zu helfen. Ihr müsst einfach nur wieder verschwinden. Lasst ihr mich nicht helfen. Werdet ihr euch nur mit wem anders herumschlagen müssen. Sie hören Außen-Ausserstehende an, um Veya zu finden. Außenstehende? Ist Ihr Vater wirklich so verzweifelt? Ja. Hört zu. Sagt Eres, dass Veya in Sicherheit ist und ihr sie bald sehen werdet. Aber keine Außenstehenden mehr. Wenn meine Organisation nervös wird, kehren sie wieder in die Schatten zurück und nehmen Veya mit sich. Wir werden nur mit euch reden. Ist das denn alles wirklich wahr? Werdet ihr einen Treffen mit Veya anberaumen? Nun, es ist nicht wirklich eine Lüge. Und ich will nicht, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Ich werde ein Treffen arrangieren, sofern Veya zustimmt. Ihr lasst Eres wissen, dass sie in Sicherheit ist. Bringt ihn dazu, keine weiteren Freischaffenden einzustellen, bevor noch jemand verletzt wird. Ich lasse es euch wissen, sobald wir bereit sind. Gut. So hätte ich mir unser Wiedersehen eigentlich nicht vorgestellt. Das haben wir ja nicht. Was war das zwischen euch und den Maluk? Molai-Karp-Kudisten. Über welche Organisation sprechen wir? Ich schätze, wo ihr nun schon hier seid, können wir auch Nägel mit Köpfen machen. Ich gehöre zur Morak-Tong und ihr wurdet gerade Zeuge eines rechtmäßigen Mords. Laut meinem Schrieb musste der Ork sterben. Also habe ich ihn getötet. Wenn es euch nichts ausmacht, müsste ich jetzt zurück zu Veya. Wann kümmert es euch, was mit Veya geschieht? Veya und ich kennen uns von früher. Das gilt auch für ihren Bruder. Sie waren brave Kinder. Sie haben mir gern beim Üben zugesehen. Jetzt fühle ich mich für sie verantwortlich. Als sie bei mir Hilfe suchten und darum baten, in die Morak-Tong einzutreten, wie hätte ich sie da abweisen können? Mhm. Hier lasst sie der Morak-Tong, by the way. Das war ihre Entscheidung, nicht meine. Veya kann gut mit einer Klinge umgehen und liest Pferden wie ein Waldläufer der Nord. Sie ist ein Naturtalent und es verschafft mir die Möglichkeit, sie im Auge zu behalten. Und so bin ich jetzt ihre Mentorin und sie ist mein Lehrling. Ich würde es nicht anders wollen. Gut, also Levo. Ja, das ist interessant. Also ich jetzt Rollenspieltechnisch würde ich gerne ein bisschen Morak-Tong-Quests machen. Aber eventuell mit einem anderen Charakter-Ehr. Hm. Also wir werden jetzt mal schauen, dass wir da in der Magier geht, ob bald das machen können. Ich laufe jetzt einfach raus, lasse die Gegner in Ruhe. Und, ähm, damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Hier. So. Nehdu lässt mich in Ruhe, bitte. Da ist noch jemand. Hajo. Nein. Ähm. Wie komme ich jetzt raus? Muss ich den Krampf benden? Eisenpans sind schwer, aber... Ah. Die Tür ist links drin. Man sieht gar nicht, was Tür ist und was nicht. So. Also. Das haben wir geschafft. Das war jetzt also im Schnelldurchlauf. Wahrscheinlich brauchen andere Spieler viel länger. Aber ich kenne ja das Spiel schon ein bisschen. Und damit es euch nicht langweilt, mache ich natürlich schon ein bisschen schneller. Und da wird jetzt das gezeigt, dass ihr ja auch sehen solltet. Und nicht gerade tausend Kämpfe. Aber ich möchte jetzt zuerst mal ein paar Brunnensteine auch noch mitnehmen. Damit wir da auch noch etwas herstellen können. Was genau weiß ich selber nicht so. Wurmöhl. Was? Wurmöhl. Okay. Wurmöhl. Wurmöhl. Okay. Ich bin sicher. Wie hat er mich gesehen? Tschüss. Also. Wir gehen nach Bibek. Jetzt gehen wir runter nach Seydanin und machen die andere Quest kurz. Oder nein. Eigentlich müsste ich nach Balmoha zurück wegen der Quest. Ja. Wir verdienen doch genug. Ja. Die Sternzeichen. Du, das Alter halt. Ja. Aber es hat alles so mit Sternzeichen zu tun. Auch das Key System von Scarry. Es sind Sternzeichen in Weltdiskursen. Online. So richtig. Weil. Ja. Menschen leben in der normalen Welt ja auch ohne Sternzeichen. Das ist meistens eher. Das ist nur Christentum, die Sternzeichen, oder? Ich weiß es gar nicht mal so richtig. Weil ich mich überhaupt nicht mit Sternzeichen befasse. Ich weiß einfach, dass ich Zwilling bin. Weil ich am 25. und 6. Mai Geburtstag habe. Aber mehr über Sternzeichen weiß ich ja nicht. Also ich kann nicht sagen, was jetzt gerade ist. Ist das jetzt gerade der Löwe, oder ist das jetzt gerade der Wassermann, oder? Oder das ist... Nein, das ist... Wassermann ist ja gewesen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Ja, Frühlingsanfang ist einfach jetzt momentan. Zeitumstellung. Mehr ist nicht. Weil es ja für mich ja auch nicht unbedingt so ein wichtig... Ja, dass es wichtig ist, oder? Es überrascht mich, euch hier wiederzusehen. Aber ich bin auch erleichtert. Heißt das, ihr habt Neuigkeiten von meiner Tochter? Ist sie in Sicherheit? Ist sie bereit, nach Hause zurückzukommen? Veja ist in Sicherheit. Sie hat sich der Morangtong angeschlossen. Und sie rangiert ein Zweifel. Veja hat sich diesem Kult aus Assassinen angeschlossen? Ich hatte ja befürchtet, dass sie etwas Unüberlegtes tut. Aber was hat sie sich dabei nur gedacht? Ich halte die Morangtong nicht für sicher. Aber zumindest ist sie noch am Leben und ich schätze, das ist wenigstens etwas. Wann werden wir uns mit meiner Tochter treffen? Nicht wir, nur ich. Aber sag mir doch, was ist mit Vejas Bruder geschehen? Sie will sich nicht mit mir treffen? Nein. Ich schätze, dazu ist sie noch nicht ganz bereit. Was Vejas Bruder betrifft, das war alles das Werk des Redoranrates. Es ist mir nicht erlaubt, nähere Einzelheiten zu nennen. Aber er ist noch am Leben, falls es das gewesen sein sollte, worum sich Veja sorgt. Naryu meinte, er sollte diese anderen Aussenstehenden zurückbleiben oder sie schnappt sich Veja und verschwindet. Naryu ist zurück in der Stadt? Sie ist genauso stur wie Veja. Na schön, keine anderen Aussenstehenden mehr. Aber die Söldner, die Hauptmann Brivan angestellt hat, kann ich nicht entlassen. Haus Redoran ist mein Leben, genau wie Veja. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie sicher nach Hause zu bringen. Ja, eure Tochter ist in Sicherheit. Ich kümmere mich darum und werde versuchen, sie von einem Treffen mit euch zu überzeugen. Wie ihr sagt, keine anderen Außenstehenden. Aber es gibt Regeln, Fremdländer. Ich muss alles Elfenmögliche tun, um die Ehre des Hauses Redoran zu bewahren. Ihr, eure erste Bezahlung. Doch bald erwarte ich mehr als nur mündliche Zusicherungen, das Veja nicht in Gefahr ist. Ja, mittel ist sehr gut. Regelistung und Ausdauer, Questabschritt. Wenn ihr sie das nächste Mal seht, dann richtet meiner Tochter aus, dass ich mit ihr sprechen möchte. Er kann die Bedingungen festlegen, aber ich erwarte, dass sie nicht einfach wieder wegläuft, sollte ihr nicht alles passen. Ich habe gerade gemerkt, leicht ist eher Magi und mittel ist eher Ausdauer. Also eigentlich müsste ich doch auf leicht gehen. Oh Gott, das ist so... Ja... Aber ich will ein Hüter sein, ich will mittel Rüstung tragen. Ich werde die Botschaft überbringen, aber ich muss wissen, wo über ihr und Veja euch gestritten hat. Veja fühlte sich durch die Regeln des Hauses Redoran immer eingeengt. Fast wie gelähmt durch die vielen Pflichten und die große Verantwortung, die es seinen Untertanen auferlegt. Nach der Angelegenheit mit ihrem Bruder beschloss sie, dass sie nichts mehr mit dem Haus zu tun haben wollte. Oder mit mir. Dann haben also eure Regeltreihe und euer Pflichtbewusstsein zu diesem Zerwürfnis zwischen euch und der Tochter geführt? Das mag eine krasse Vereinfachung sein, aber ich schätze, eure Aussage trifft durchaus zu. Ich wandle auf einem schmalen Grat zwischen dem Ratsherr eines Hauses und einem liebenden Vater. Bedauerlicherweise muss Letzterer oft hinter Ersterem zurückstehen. Deshalb möchte ich wieder mit Veja sprechen. Ich werde versuchen, ein Treffen zu anschauen, sobald ich kann. So, jetzt wird langsam eigentlich die Parts fehlen. Ich wollte eigentlich das Nahenfest noch zeigen können. Und einfach das 26 Jahre Elder Scrolls. Aber gut, das Spiel ist so gigantisch, dass man das einfach gar nicht zeigen kann. Weil das sind zeitbasierende Dinge. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also eventuell bei Viehweg. Also müssen wir direkt nach Viehweg und machen jetzt kurz das mit dieser Frau nicht mehr. Ja. Hm, okay. Ich mache das einfach mit euch dann später nach dem Fest und so. Und gehe jetzt zum Schlickreiter nach Viehweg. Direkt. Weil sonst haben wir da kein Problem. Mit, dass wir das alles verpassen. Und wie kommen wir jetzt hier nach oben? Ich will nur Schlickreiter benutzen. Hier rechts. Hier ist nichts. Ja. Das sind alle Spieler. Man sieht so die Spieler und dem Besitz. Also unterscheiden nur durch dieses Symbol. Das ist ein guter Ersatz. Aha. Wie zu wenig Geld für das noch. Aber hier ist auch noch ein Hilfe irgendwo. Ich weiß es nicht genau wie ich den Schlickreiter benutzen kann. Hallo. Wollt ihr ein Reittier unterstellen? Wenn die Schuppen eures Gua etwas stumpf werden. Nee, ich habe keine Gua. Äh. Wie kommt man auf den Turm? Also wir müssen wahrscheinlich hier oben irgendwo durch. Dass es wahrscheinlich die Krieger geht. Ja, die Schuppe oder irgendwie Krieger oder so. Dann ist es hier oben. Hä? Nun sieh mal einer an. Narjo meinte ich würde euch hier finden. Und sie hatte verflixt recht damit. Hä? Ist der Schlickreiter nicht zum Reißen gedacht? Na ja, dann laufen wir halt. Also ich komme jetzt irgendwie gar nicht dazu. Und wenn du nur zuhören würdest. Pass auf dich auf, Vater. Darin warst du immer gut. Eine Karawane Stallmeister. Das ist wahrscheinlich etwas, was uns ja weiterhilft. Aber ich möchte jetzt eigentlich durch die Pampa laufen. Muss nämlich noch eine Partei hochladen. Also noch aufnehmen. Oh. Wie denkst du davon? Äh. Ich bin jetzt wieder hier. Äh, ja. Ich komme jetzt momentan nicht so gut weiter. Also wir laufen jetzt einfach. Bis ich das könne, muss ich ja noch laufen. Aber Schnellreisesystem, außer dass wir das, ja, mit dem Stein macht. Aber dafür muss ich schon in Wiebeck gewesen sein. Also wir müssen laufen. Ja gut. Schade, dass die Schlickreiter jetzt gerade nicht erreichbar ist. Damit wir uns viel ersparen können. Aber ich denke in Wiebeck, vielleicht in Altruhen oder wie das heißt. Aber ähm. Das ist auch eher ein kleines. Also Wiebeck ist wirklich das Größte. Aber ich finde mir dort etwas. Also hier rechts bis zur Ruine und dann irgendwie über den Berg. Aber wir hätten unten durch sollen. Ich dachte wir wären in Osten, wenn wir dort rausgehen. Aber wir sind in Ordnung, wenn wir hier rausgehen. Ich verwende nochmal ein bisschen Geld. Ich hoffe wir bekommen das Geld schnell wieder zurück. Also sollten wir jetzt lieber leicht tragen. Leichte Rüstung. Schade, aber ja. Wäre schon eher der Ausdauertyp gewesen. Wenn das das Spiel so will. Dass da Verschwörungen halt auch Magie sind. Dann müssen wir Magie also leicht da. Ah, hier ist es. Vergebt mir Fremdländer, aber ich habe schon genug zu tun. Ich bin nur eine einfache Priesterin des Tribunals. Und der Ärger am Adelngrab war sogar zu viel für unsere Kriegswappenträgerin. Ich habe Fürst Vivek enttäuscht und einen Kameraden allein im Grab mal zurückgelassen. Okay, das machen wir auch später. Echt keine Zeit jetzt. Durch dieses Event, das hoffentlich nicht so stark begrenzt ist. Aber es ist jetzt schon eine Woche oder so her, seitdem das Nahenfest da ist. Jetzt müssen wir halt einfach ein bisschen sporten. Damit wir dann bald irgendwie... Ähm, ja. Das Event hat einfach abgeschlossen, ja. Hm, der läuft. Ich dachte, der fliegt auf uns zu. Also, das ist wahrscheinlich Ebenherz. Das ist Vivek da. Ebenherz? 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 Ebenherz ist von einem anderen Spiel. Ebenherz ist von diesem Spiel. Na zum Beispiel... x7 Das gehört ja auch zu Vivek... Aber hier war doch Ebenherz. Jetzt ist das einfach zusammengemacht, oder... Scheinbar ist einfach zusammen gemacht. Also müssen wir direkt hier irgendwo... Ja, müssen wir wieder zurück. Gut. Also wir schwimmen einfach, damit keine Gegner einem hinterher hocken. Aber sehr ein tolles Spiel eigentlich. Also, ich hätte jetzt gedacht ich hätte mehr Chaos im Kopf, weil das Spiel schon sehr umfangreich ist und alles mögliche. Aber es ist eigentlich eher entspannt, weil man kann machen, was man will. Man muss jetzt nicht unbedingt alle Quests gleichzeitig tragen, also benutzen und verwenden. Das aktiviert jetzt, okay. Und... Es ist jetzt auch nicht so viel los, wie zum Beispiel in World of Warcraft, wo man ganz viele Dinge machen muss. Was ja eher auch aufs Grinden aussieht und so. Dass man einfach so ein bisschen gemütlich das Spiel spielen kann auch. Nur jetzt gerade einfach der Stress da ist, wegen den zeitlich problematischen Events. Und ja, dass ich jetzt einfach wieder mehr MMORPG spiele, habe ich auch ein bisschen wieder weniger Zeit. Also ich muss irgendwie etwas, das aussieht wie... Wieso ist das jetzt gerade das Mega-On aufgelöst hier? Hat die Engine irgendwie Probleme? Oder ist das mein... Oh. Dankeschön. Wieso hüpfst du denn so zwei Kilometer, ey? Ja, ihr merkt es, ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem Spiel, aber... Ähm, ja, das kommt sicher auch bald. Weil ich bin immer am Anfang ein bisschen skeptisch und dann... Ja, sehr gehypt. Jetzt muss ich nur wissen, wo was ist hier. Es ist sehr... Ja. Da geht es nicht mal rein. Okay. So leuchtet das so sehr. Und diese Seite leuchtet so extrem. Einfach nur wegen der Lampe. Das ist ja gar vom Pilzverdecktor. Hm. Ja, und jetzt? Nun? Kann ich mir nicht helfen. Viele NPCs reden nicht, okay. Hallo. Ja. Nicht so schlimm, aber... Das ist schon erwartet. Halle der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, also da müsst ihr mir leider helfen, bevor das Event auch vorüber ist. Weil... Spenden, Spenden, Spenden. Ich habe gedacht, wer hätte das gedacht. Was macht denn der? Habt ihr das gesehen? Er läuft einfach auf dem Pferd. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Negative von Elders Corsona. Ich glaube, dass die Engine halt sehr langsam ist. Ja, aber ich möchte jetzt nicht gerade mit ihm Bekanntschaft machen schon. Das ist doch mal ein Bild. Screenshot. Nicht so C. Wieso speichert das ein C? Ein C habe ich überhaupt nichts von Elders Corsona. Ich habe alles auf G. Okay. Gut. Wie weg. Wo bist du? Also in Morrowind war der recht groß. Der hätte eigentlich nicht Platz in dieser Tür. Doch, äh... Ja, diese Tür, der hätte Platz. Aber hier ist leider nichts. Also, wie kommt man jetzt zu diesem Event? Muss ich jetzt echt ganz weit wegreisen? Zurück nach Sedanil. Sonst werde ich ja mal inzwischen eine Folge nach ein bisschen reissen. Nur reissen. Nichts machen. Aber das... Das geht mir einfach alles ein bisschen zu lange. Wenn ich nicht sehe, wo das Nahenfest ist und so. Kann man nicht irgendwie Tipps oder so schauen. Also ich hätte gerne... Magikar, ja. Oder auf die andere Seite. Nee. Es gibt nur einen Handschuh. Keine Sätze Schänder. Äh... Götl ist da. Okay. Ja. Was haben wir denn sonst? Haben wir noch irgendwas, was leicht ist? Wir machen wieder mit Magikar. Da ist nicht so viel Schutz. Also. Schauen wir mal, ob irgendwas noch leicht ist. Es ist nichts leicht. Okay. Ich möchte ja schauen, wo das alles ist. Ich werde mich mal informieren. 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 Genau. Ja. Es ist nichts benachrichtigend. Karte. Okay. He. He. Gelbenhändler. Gwadwey. Also Steinmeister. Meister, Pilger, Salza Salve reist nach Balmor, geniesse Suran und Telmora. O2 ist nach Savimora, Koch, Brauer, Versteller, Berufe, Gemischtwarenhändler, Wiebeck, Wegschrein. Wir müssen zurück zum Wegschrein mal. Was haben wir jetzt eigentlich für Geld? Äh, was Geld? Ist auch wieder irgendwo in einem Aion, okay. 92. Ja, wir werden sehr viel Geld vertikulieren, aber wir tun jetzt lieber schnell reisen und einfach mal kurz mal Wintersoviatenfell verlassen. Ah, das ist kostenlos, gut. Aber damit wir einfach die Sachen erhalten. Von Event. Was ich jetzt genau machen muss, steht in der Sternen. Weil das Spiel so groß ist. Schmuggel? Wer hat was von Schmuggel gesagt? Ich leite ein ehrliches Transportunternehmen. Nichts unter der Hand und ... Ja, das ist nur Allianz, also andere Allianz. Neiße Schiff. Schmuggelschiff sozusagen, ja. Und hier ist nur Event. Okay. Zum Wegschrein zurück. Ich muss noch wie weg. Oh ja. Ah. Ja, toll. Also jetzt bin ich gerade wirklich am besten am zweifeln, ob ich da irgendwie das noch am Event holen kann. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier mit. Sklavenjäger? Ein Allianzgebiet? Ja. Warum sollte man denn dahin reisen? Was sind wir eben her? Ich will das nicht wirklich wissen. Zu welcher Allianz wollt ihr denn reisen? Also Deutschdurz sind ja die Elfen. Oder Almere sind die Elfen. Deutschdurz sind die Kashits und das Kashit auch Almere. Aber wir müssen auch eben herzen. So, dann sind wir doch richtig gewesen. Mit der Annahme, dass es ein Seidonin ist, weil die anderen sind ja nur die Ortschaften in Gartenfell. Gut, schönes Bild. Ja, der Part ist leider jetzt da. Ähm, ja. Im nächsten Part sehen wir dann hier weiter. Wo sind wir jetzt gerade hin? Wohin sind wir jetzt? Was ist das? Ölfels. Ah, okay. Das ist ein Tutorialgebiet in der kleinen Insel. Irgendwo in der Nähe von Skyrim Himmels Band. Jo. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Part. Euer Drago Wasser. Tschüss.